Rudolf Steiner Seelenkalender Erste Märzwoche 49. Wochenspruch Ich fühle Kraft des Weltenseins, so spricht Gedankenklarheit. Gedenke eignen Geisteswachsen in finsteren Weltennächten und neigt dem nahen Welten Tage des inneren Hoffnungsstrahlen. Und das ist die Frage des Wachstumsstrahlen. Und das ist die Frage des Wachstumsstrahlen. Und das ist die Frage des Wachstumsstrahlen.